Moin sinds YouTubes und herzlich willkommen zurück zu Trackmania Turbo. Wir wollen nicht Canyon Grand Drift, sondern Down Dirt and Valley machen. Down and Dirt Valley, ehrlich gesagt so rum. Macht mehr Sinn. Wir sind immer noch in der weißen Reihe, aber wir sind schon bei Track Nr. 12. Die Strecke sieht sehr, sehr geil aus, aber die fahren wir jetzt leider nicht. Aber egal. Muss sowieso noch gucken, wie ich das mit den Thumbnails alles mache. ETC, wie ich die Gestalter. Eigentlich wollte ich die Strecken, die wir fahren, immer auf die Thumbnails packen. Aber ich weiß nicht, ob ich die Strecken irgendwo herkriege oder so. Also die Bilder von den Strecken. Muss ich unbedingt mal schauen. Aber naja, passt schon. Alles klar. Alles klar. Ich glaube, ich muss driften. Oh nein. Unverkackt. Sehr schön. Ja, lass mich respawnen. Perfekt. Hä? Geht jetzt ab. Controller, hör auf. Dankeschön, Controller. Böse. Bis hierhin ist ja noch alles richtig easy. Dann wird die Brücke auch gar kein Thema. Schön springen. Jawohl. An die Kurve hier mitkriegen. Am besten driftet man. Ah, am besten driftet man die gar nicht. Hallo? Zurücksetzen? Hallo? Komplett zurücksetzen, bitte? Hä? Gehen jetzt ab? Ich kann mich nicht komplett zurücksetzen lassen. Ah, da ging es. Sehr schön. Jetzt aber. Oh mein Gott. Was ist denn mit meinem Controller los? Hilfe. Ja, ich habe mir auch schon einen neuen Controller bestellt. Also irgendwie ist mein alter PS3-Controller komplett kaputt. Weiß auch nicht, was damit los ist. Auf jeden Fall kommt jetzt bald ein PS4-Controller für den PC. Das ist voll wichtig, dass ich auch... Alter! Zum Glück kein Crash gebaut damit, ey. Darf ja wohl nicht wahr sein hier. Mal dieses zurückgucken, ey. Driften. Ja, ja, ja. Und ins Ziel. Also Gold war es locker. Aber zum gutes Gold war es jetzt nicht unbedingt. Oder war es zum gutes Gold? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ja. Platz 192. Ist noch okay. Aber wir schaffen es besser. Verbessern tun wir das Ganze. Auf jeden Fall. Go. Guck doch nicht immer nach hinten, bitte. Warum guckt ihr denn immer nach hinten? Das ist doch voll dumm. Immer so in der Anfangszeit guckt der nach hinten. Das ist richtig, richtig komisch. Da, was ist das? Hör auf. Ich weiß doch nicht, wie bei welcher Taste das ist, wenn man nach hinten guckt. Jo, die Kurve... Die war perfekt, die Kurve. Hör auf. Hör bitte auf. Hör bitte auf, so nach hinten zu gucken. Dankeschön. Das ist da jetzt gerade nicht wahr, oder? Hört das jetzt, glaube ich, denke ich mal. So. Hörst du auf, Kon... Alter. Wie gucke ich denn nach hinten? Was ist das für eine Taste, die ich da hinten gucke? So, probieren wir es jetzt nochmal. Vielleicht ist es hier jetzt nicht mehr. Jetzt lenkt er einfach komplett ein. Das darf doch nicht wahr sein, oder? Jetzt lenkt er komplett ein. Ohne, dass ich irgendwas mache, hat er gerade einfach eingelenkt. Okay. Jetzt mache ich das anscheinend nicht mehr. Was ist da los? Die kaputte Controller-Folge. Ah, schon schlechter gefallen als gerade. Das ist zum Beispiel nicht so geil. Aber zumindest nicht ganz so schlecht. Und hier überhole ich ihn noch immer ein bisschen. Weil ich hier Vollgas durchdrücke und er halt... Und mein altes Ich halt nicht. Dann komme ich ein bisschen früher ins Ziel, aber nicht viel. Können wir besser, können wir besser. Wir verbessern das auf jeden Fall. Wir können das besser. Go. Das geht alles besser. Ach, komm. Wenn ich die Kurve so irgendwie möglich nehme, und natürlich ramme ich das Ding. Jetzt aber. Ja, jetzt sind wir schon ein bisschen besser. Perfekt. So muss es nämlich am Anfang aussehen. Da kommt der Geist wieder. Ne. Da war ich viel zu dumm in der Kurve. Ich bin viel zu spät mit gerechnet, dass ich die Kurve nehmen muss. Das war dumm. Ja, ich bin wieder ein bisschen vor. Mit diesen 0,03... Oder 0,3 Sekunden. Die wir vorne sind. Wieder das gleiche Spiel wie gerade. Dass ich wieder nicht früh genug checke, dass da eine Kurve kommt. Und ich weiß ja, dass da eine Kurve kommt. Also es ist ja jetzt nicht so, als ob ich das nicht wüsste oder so. Also ich sehe es ja auch sogar. Aber ich stelle mich halt nie darauf ein, richtig. Ist halt dumm. Ist halt sehr, sehr dumm. Jetzt habe ich auf das... Jetzt habe ich auf das Mikrofon geguckt. Alles klar. Ob das nicht übersteuert oder so. Fehler. Jetzt aber, komm. Easy. Easy Kurve. Ich liege richtig gut weit vorne. Sechs Millisekunden. Oder weiß ich nicht, was das ist. Hundertstel Sekunden. Ey, was auch immer. Du musst jetzt schon einlenken mit dem... Genau. So, und dann jetzt hier schön. Und hier jetzt nicht so ausbrechen. Ah, wieder so ziemlich ausgebrochen. Gibt es nicht. Aber... Trackmaster. I'm the Trackmaster. Jawohl. Geil. Das zweite Mal Trackmaster. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Alter, ich bin in Nordrhein-Westfalen auf Platz 19. Unter den Top 20. Wie geil. Ja. Und damit kann ich dann auch wieder sagen, danke fürs Zuschauen. Lasst eine kleine Bewertung, damit es euch gefallen hat. Und schaut auch beim nächsten Mal da rein. Bei Trackmania Turbo. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.